Ich könnte gerade die ganze Erbahn nur mit einem Lächeln durch die Gegend rennen. Hi, ich bin Julia. Ich mache die Hitze-Vide-Ausbildung, weil ich jetzt auch in die Richtung Selbstständigkeit erarbeiten möchte und ich fand es einfach ein mega geiles Konzept. Geile Moves, geile Musik und ein geiles Team. Jeder hat glaube ich so ein bisschen Befürchtungen, dass man es nicht durchhält, dass man es nicht schafft, aber die sind jetzt komplett weg. Also durch diese ganze Energie, die in der Gruppe auch herrscht, ist man dadurch einfach nochmal so ein bisschen gepusht und das fällt eigentlich alles weg, die Ängste fallen weg und super. Und natürlich auch eine tolle Trainerin, die einen die Angst nimmt. Ich habe bei Hitze-Beat das erste Mal was gefunden, was mich tatsächlich überzeugt hat vom Gesamtkonzept, dass man halt auf verschiedene Dinge einen Schwerpunkt legt, auf Mobilität, auf Durchhaltevermögen, Kreativität, man ist direkt mit den Teilnehmern, man ist nicht nur Einzelkämpfer, man hat ein unheimliches Repertoire an Übungen, die man steigern kann. Es gibt ganz viel Potenzial nach oben und es steckt eine unglaubliche Community dahinter. Es macht einfach Spaß. Ich habe noch nie vor Teilnehmern gesprochen und da hatte ich richtig Bammel vor, dass ich mich einfach verhaspel oder dass ich halt dann einen Blackout habe und das hat sich gerade alles gar nicht wieder gespiegelt, sondern es war halt einfach cool. Ich bin glaube ich voll in meiner Aufgabe aufgegangen und strahle deshalb jetzt auch einfach total. Warum habe ich mich für die Hitze-Beat-Ausbildung entschieden, weil es einem auch geil ist.